Typisch Hexe von Norbert von Tegelen Eine richtige Hexe, glaubt mir, die erkennt man ziemlich leicht. Da gibt's ein paar Eigenheiten, wo die ein der anderen gleicht. Eulen, Wölfe, Fledermäuse, das sind ihre Freunde meist. Sogar richtig fette Spinnen findet sie nicht wirklich dreist. Ständig treuer Wegbegleiter ist die Katz, mit der sie spricht. Ebenso ihr Hexenwesen, ohne ihn ging vieles nicht. Das Tarot, ihr Zukunftswissen, ohne das kämen sie nicht aus. Will sie sich einmal entspannen, schlummert sie im Hexenhaus. Ohne ihre Zauberbücher standen sie wohl auf den Schlauch. Und in ihren Hexenkesseln rodeln häufig Schleim und Lamm. Unter ihnen gibt's auch Eitle, darum kann man gut verstehen, mit nem Buckel und ner Warze, werden wir sie niemals sehen.